Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Tengshu Stealth Assassins. Und ja, willkommen zur letzten Folge Tengshu, würde ich mal sagen, weil vor uns, meine Freunde, liegt das letzte Level. So sieht's aus. Und genau, ich nehme auch hier direkt die Items mal mit. So, genau. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt an. Ja, das Finale mit Ayame wartet auf uns. Befreie die Prinzessin. Es ist traurig, aber es geht dem Ende zu. Hm, Tengshu ist bald vorbei. Ja, genau. Letztes Level mit Ayame. Und genau. Ja, sehr schade. Also es ist heute Montag, neue Woche hat angefangen. Und genau, das passt ziemlich, dass ich jetzt mit Tengshu 2 fertig werde heute. Genau, aber beim letzten Mal haben wir ja, ähm, die Prinzessin... Äh, was haben wir letztes Mal nochmal gemacht? Ich glaube, wir haben da die Piraten gekillt, hä? Beim letzten Mal. War das nicht so? Ja, glaube ich schon. Und jetzt sollen wir halt, ja, Lord Mayo killen. Und den Gegner hier, mit dem fangen wir erst mal an. So. Nein! Ah, fuck. Der sieht mich aber auch immer, dieser Schwertkämpfer, ne? So, wo rennt der hin? Was macht der? Hey. Ist dieser Schwertkämpfer, ey, fuck. Beruhig dich doch. Ah, er hat sich im Wald festgebackt. Ja, okay, dann. Dann? Das nehme ich auch gerne. Aber ich trau mich das nicht, ey. Fuck. Da ist der nämlich. Und der macht da irgendwie was, keine Ahnung, komisches. Guck mal da unten hin. Ja, ah, perfekt, ey. So, der ist jetzt abgelenkt, ne? Zack! Was hast du davon, wenn du so gierig bist und mich entdeckst, mein Freund hier? Ja, wie gesagt, es ist schon echt schade, dass das hier wirklich der letzte Part von Tengshu jetzt ist, ne? Ich muss mal gucken, was ich hier nachletzt playen werde. Aber ich glaube, ich werde ein Replay von Akuchi The Heartless machen, genau. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt, aber... Das wird cool. Das wird eine 100% Challenge. Also ich möchte dort alle geheimen Seelen finden. Und genau, aber erstmal hier wieder zu Tengshu. Scheiße, ich hätte Dings mitnehmen sollen hier. Ah. Ich hätte Shurikens mitnehmen sollen, ich Idiot. Fuck. Egal. Merkt ihr die Route? Und dann passt das schon. Ja, jetzt. Oder? Ja, 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 ja. Da ist noch einer, fuck! Ich wusste es! Ich wusste es, dass der mich hier entdeckt, ey. Mann! Ja, das ist aber auch blöd gemacht. Ey, ey, hallo? Was? Ey, wie soll ich... Nerv nicht rum, äh, Zombie-Fresse. Du siehst so richtig schön hässlich aus. Ja, das ist irgendwie dieses komische Ende von Tengshu, also mit diesen komischen Dämonen da. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also. Das sind doch keine Ninjas, jetzt mal ehrlich. Das sieht voll komisch aus. Na ja, egal. So, jetzt geht er hoch. Und? Ich hab... Ich war wieder zu ungeduldig, ich Idiot! Fuck! Schick! Scheiße! Egal. Dann geh ich halt von hier hoch jetzt. Da liegt die... Da liegt der Hund, okay. So, wenn er mich jetzt von hier entdeckt, ne? Dann fress ich aber echt einen Besen. So. Da ist er. Da hinten ist er. Mensch. Ey, da ist noch einer. Was? Was? Wer? Ah, da ist noch einer. Oh Gott. Ja, den hab ich nicht gesehen. Scheiße, den hab ich nicht gesehen. Den hab ich nicht gesehen. Das ist so blöd. Den hab ich nicht gesehen da oben. Fuck. Letztes Level, ja. Es muss natürlich schwieriger werden. Ist klar, ne? Ja. Ist noch wieder so eine Zombie-Fresse. Oder was auch immer das sein soll. Ich hab keine Ahnung. Ey! Beruhig dich doch mal. Was machst du? Was macht der? Ey. Noch einfach verstecken hier. Hä? Wo ist der? Wo ist der? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, da ist er doch. Stress mich doch nicht so nach der Arbeit, Mensch. Ich mein, gut. Es ist wirklich das letzte Level, aber... Ja. Nur mit deinem Speer, okay. Oh, wie hat der mich denn hier entdeckt? Sag mal. Oh, zieh das doch noch länger in die Länge, ey. Boah. Ah, genau. Genau. Was kommt davon, wenn du so nerven musst, mein Freund? Was kommt dann davon? Es geht da hoch, Mensch. Ayame. Oh. Oh, klar, wieder hier. Nein, nein, nein. Oh, nicht ganz hoch, Mensch. Ah. Die geht immer ganz hoch, okay. Wo ist der Bogenschütze? So. Wo ist der scheiß Bogenschütze? Da! Dahinter. Okay. Dahinter. Alles klar. So, da ist er. Dann lauf mal da unten rein ins Wasser, ja? Dann stirbst du nämlich, Kollege. Oder du stirbst so. Das ist natürlich ein bisschen stylischer, genau. Oh, scheiß Ruckler hier, ey. So. Aufpassen. Weiter geht's. Ah, ich glaub, der hier war das, oder? Oh, Ruckler. Shit. Ah, hier war doch dieser Bogenschütze, ne? Hinten in der Ecke. So. Ah, was? Da ist er, so. Der sollte jetzt abgelenkt sein. Ja, sehr schön. Der ist abgelenkt. Und zack. Geil. Okay. Das war gut. Oh, diese Mucke. Ah, jetzt kommt die Stelle. Okay, ich verstehe. Da sitzt der Hund rum. Okay. Und wir wetten, da hinten ist noch ein Gegner. Ja, ja, da ist noch ein Gegner irgendwo. Fuck. Wer, wer hat mich entdeckt auf der Distanz? Hä? Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer entdeckt mich da? Ah, so ein Krüppel, okay. Was ist so ein scheiß Krüppel hier? Ja, gut, dann. 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 Der rennt hier hin, okay. Ah, nervt doch nicht. Ich kill den gleich so, ey. Ja, dann kill den halt so, ey. Wichser, ey. Wichser, ey. Komische Hackfresse. Was kommt davon, wenn ihr so hässlich seid? So. Was? Ah, nein! Wo kommt der denn her? Oh, Mann, ey. Aber irgendwie muss man doch hier weiterlaufen. Wo ist der jetzt schon wieder? Da. Oder was? Wo ist der? Verarsch mich nicht, Spiel. Oh, er kommt. Und der entdeckt mich schon wieder, oder was? Oh. Alter, was ist denn mit dem los? Boah. Alter. Was geht mit dem? Was geht mit dem? Ah. Fuck. Oh, ist das ärgerlich. Ich hätte den Giftreis schmeißen sollen, hä? Ach, ich Idiot. Ey, jetzt hab ich den hier am Arsch hängen. Aber ich kann hier nicht durch, okay. Jetzt ist der wieder weg. Ey, das ist doch... Jetzt komm wieder! Was ist denn mit dem? Ey. Ich jetzt halt wieder rein. Ich muss ja nicht alle killen. Dann lauf ich halt durch. Ah. Da hinten ist auch noch einer. Ich hab ihn gesehen. Ah! Alter! Ey, das ist doch brutal. Was? Was? Was, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Da draußen ist der Nächste, wa? Irgendwo hier war er doch, hä? Egal, er hat sich selbst gekillt anscheinend. Oh, gut. Okay. Äh. Mann. Ja, hier ohne Entdeckt bleiben, das ist doch echt schwierig, oder? So. Wenn der Kier auch total spinnt und die Gegnermechanik... Ja, da. Da ist doch schon wieder einer. Oh, ja, genau! Oh. Nein. Nein, du... Jetzt sieht mich der andere, oder was? Ne. Ah! Oh, Gott. Gift reißen. Ah. Alter, ist das ein Abfuck hier. Boah, wirklich. Boah, was soll das denn? Alter Schwede, ey. So. So, jetzt... Da ist der Krüppel, okay. Schmeiß dem mal ein Giftreis. So. Du bist wieder so gierig, hä? Tatsache. Ey, wie blöd muss man sein, wirklich. Als ob der... Als ob der Reis auf dem Boden wächst. Ja, ich weiß, tut er, aber... Du weißt, was ich meine. Als ob der Reis von Natur aus so eine Form hat. Ah. Okay. Was? Oh. Er hat die Leiche entdeckt. Wenn er jetzt hier hinkommt, ne? Das kann nicht sein, dass er mich hier sieht. Es... Sorry, es ist einfach unmöglich. Es ist unmöglich. Die können hier nicht so schlau sein. Also im Tenchu 2 waren die... Stroh doof, die Gegner. Ohne Scheiß. Ah, ja. Lauf da hin. Sehr schön. Danke. Und zack. Das war's mit dir. Der hat mich mal nicht entdeckt. Ist schon mal gut. So, dann geht's mal... Jetzt mal los hier zu... Ah, stopp. Hier. Zu Onikage. Okay, genau. Da ist er wieder. Ich sehe. Du hast gekommen, um dich zu treffen. Don't make me laugh. How many times do I have to kill you? Pst. Oh, nein. You can beat me, when I try. Is that so? Well then, you don't have to worry about this. Okay, los geht's. Komm. Und... Zack, 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 zack. Und lauf. Oh, der mit seinen Scheiß-Kicks, ey. Oh. Oh, zum Glück habe ich einen Panzer an, ey. Habe ich keine Bomben mitgenommen? Nee, ich habe anscheinend keine Bomben mitgenommen. Oh. Oh, Junge. Oh. Oh. So. So. So, und? Wenn er aufsteht. Zack, zack. Zack, 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 zack. Oh, ich habe ihn halb platt. Okay. Aber ich weiß ja hier, der hat einen Heiltrank. Okay, den letzten Booster hebe ich mir für den letzten Endpost auf. Und zack, 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 zack. Ich hätte mir Bomben mitnehmen sollen. Oh, zack, 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 zack. Der hat einen Heiltrank hier. Oh, zack, 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 zack. Und zack, zack, zack. Und zack, oh, Junge. Oh. Und zack. Trink. Ist mir scheißegal, ob ich jetzt noch halbes Leben habe, aber... Trink, bitte. So, und zack. Oh, hat er abgewehrt, scheiße. Und, ja. Oh, das macht voll Bock, Alter. Und zack, und zack. Oh, Junge. So, jawohl. Noch ein, noch mal ein paar... Hier, so, das muss doch jetzt reichen, oder? Du heilst dich nicht. Nein, du heilst dich nicht. Du heilst dich nicht. Nein. Oh! Nein, jetzt heilt der sich, oder was? Steh auf, Ayame. Ha! Oh, was war das? Oh, elf. Nein, du heilst dich nicht, mein Freund. Vergiss es. Oh, du heilst dich nicht. Gott. Gott. Yes! Yes! Oh, Mann. Okay, geschafft. Sehr schön. Der erste ist erledigt. Du hast die Prinzessin geklappt. Du hast die Prinzessin geklappt. Gott, und mein Herr, du kannst ihn selbst. Ich werde dich sehen, El... El... Now that I'm warmed up, it's time for Lord Mayo. Ja, das war natürlich noch eine Aufwärmigung, ist klar. Gut. Dann geht's jetzt in die Grotten. So, in diese Scheißhöhle hier, ey. Das ist so, das ist so nervig hier, wirklich. Boah, direkt meine Alarmbereitschaft. Dieser Teil von dem Level ist so nervig. Die zweite Hälfte. Joa. Genau. Und ich hab grad mal beobachtet hier, dass Ayame irgendwie unten ohne ist, quasi. Also so halb. So, warte mal. Und zack. Esst das bitte. Und hab Krämpfe. Sehr schön. Wehe, der... Ey, der entdeckt mich jetzt natürlich, ne? Dieser Wichser. Ohne Scheiß, ey. Dieser Spasti entdeckt mich, obwohl er ein Giftreis gegessen hat. Und jetzt ist er weg. Du sollst nicht verschwinden, Junge. Nicht ganz versch... Oh, Junge. Ja, jetzt entdeckt er mich wieder. Ey, das ist doch so unfair, diese Mechanik. Dann kommt er, dann sieht er mich. Dann will ich in die Ecke mich verstecken und dann... geht er weg. Ey, das ist doch da. Nein! Mein Gott! Alter! Äh! Äh! Äh, das war schon wieder gar nichts, ey. Wie gesagt, ich hasse diesen... diesen Abschnitt. Den mag ich überhaupt nicht. Die Kinder sind hier scheiße gesetzt. Hier gibt's Fallen. Hier gibt's alles Mögliche. Deswegen, also... Oh! Wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle oder so, ne? Muss ich das alles nochmal neu spielen? Boah! Boah, ich dachte, hier wäre ein Abgrund. Scheiße! Ich dachte, hier wäre ein Abgrund. Alter, ich hab grad so Herzrasen. Nein! Oh Gott! Sorry, wenn ich ein bisschen rumgebrüllt hab, aber... Ich wusste doch nicht, dass da so ein Freak wieder ist, ey. Oh mein Gott. Ja, Voodoo-Puppe. Du siehst aus wie eine Voodoo-Puppe. So. Und? Wetten, der entdeckt mich jetzt... Wetten, der entdeckt mich jetzt... Ah, nee! Okay, sehr schön. Okay. Frage ist, wo muss ich jetzt hin, hä? Ah, ein Heiltrank. Geil. Okay. Sehr schön. Gut. Dann... Dann geht's mal weiter hier in die Grotten. Hier runter, okay. So. Ah! Da ist wieder ein Krüppel. Okay. Und links ist, glaub ich, auch noch einer, hä? Ey, das ist so... Das ist so übel hier. Das ist so übel hier. Das ist... Hä? Ah, nee, 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 nee. Vergiss es, Freund. Vergiss es! Ah, der kommt eh hier hin. Shit. Shit! Ah! Nein! Egal, den kann ich so killen. Den kill ich so. Ist mir scheißegal. So. Du hast keine Verteidigung, mein Freund. So. Und tschüss. Oh ja, natürlich hat mich noch einer entdeckt. Scheiße. Ah, Mann. Da ist dieser Lava-Strom da hinten. Ja, aber... Hm. Moment. Da ist auch noch einer. Ah! Da ist auch noch einer. So. Dann. Dreh dich bitte rum. Bei dem kann man wenigstens abwarten, bis der sich rumdreht. So, jetzt. Und? Yes! Geschafft! Boah! Penner! So. Ih, was ist das hier? Was soll das darstellen? Bäh! Jetzt erinnere mich echt schon ein bisschen an mein nächstes Projekt, Acu-Chi-The-Hardless. Ohne Scheiß. So, was haben wir hier noch? Hier sind ja drei Wege irgendwie. Hä? Was, was, was? Was, was, was? Was? Wer entdeckt mich da? Irgendeiner verbrennt. Geil! Irgendeiner verbrennt gerade. Sehr schön. Haha! Ah! Hier war der. Okay. Scheiß Bogenschütze. Ja, es kommt davon. Einfach mal so verbrannt hier in dieser Lava. Okay. Ja, diese Höhle hat echt ein bisschen was von Acu-Chi-The-Hardless und Shadow Man. Weiß ich, ob einer die Spiele kennt, aber... Ja, ist so. So, Sekunde. Boah, ey, das ist doch krass hier. Ja. Ich mag dieses Level nicht. Das ist kein Teng-Shoo für mich hier. Finde ich nicht, nee. Das ist eher ein Adventure jetzt oder so. So. Wo ist denn der? Ah, da. Okay. Giftreiß. Okay. Okay, 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 okay. Nein! Scheiße! Ah, kein Schwertkämpfer. Die sind scheiße. Oh Gott. Nimm den Giftreiß und hau ab. Hau ab! Ah! Scheiße! Oh, fuck! So, hier ein bisschen verstecken. Ja, natürlich, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl wirklich nicht hier. Oh! So! Ich denke schon, zwei hätte das jetzt gereicht. Oh! Hier reicht es auch, Gott sei Dank, okay. Wo ist denn der jetzt? Da! Wichser. Richtiger Penner. So. Wenn du das isst, bist du tot. Junge! Oh! Wo ist denn der hingeflogen? Ah, hier hin. Okay. Ja, gut. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Okay. Auf der anderen Seite hiervon. Alles klar, dann gehen wir hier rein. Hä? Moment. Oh, ey. Oh Gott, das ist krass hier, ey. Irgendwo da. Ah! Da ist er doch. Ah, das war ja die Stelle, genau. Oh! Sehr schön. Und jetzt sind... Hier sind Krüppel, ne? Hier sind Krüppel. Ja, genau. Hier sind Krüppel. Oh. Wie ich sie liebevoll auch nenne hier. So. Du drehst dich nur, ne? Du bleibst da stehen, genau. Du musst dich noch einmal rumdrehen. Dann bist du tot. Das macht er natürlich nicht, ist klar. Na, komm schon. Dreh dich noch einmal. Komm schon. Du willst es doch auch. Sehr schön. So. Dann. Zack. Weg mit dir. Oh, hey. So, da haben wir das auch. Ich finde die Mucke hier eigentlich ganz cool, aber... Das Level finde ich nicht so toll. So Lava-Strömen und so in Tengshu. Also, ich weiß nicht. Ah! Dahinter der Wand, da war es auch noch einer. Irgendwo hat hier ein Krüppel irgendwas gemerkt. Okay. So. Und... Da ist er. Da. So. Jetzt ist er auf einmal wieder da. Eben war der nämlich weg. Das ist genau diese Scheiße in dieser Mechanik hier. So. Zack. Weg mit dir. Freund. So. Und was haben wir hier noch? Nix mehr. Aber was hat er hier bewacht? Ah, hier. Ah! Was? 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 Wer entdeckt mich denn hier? Egal. Ich habe da hinten eben einen hinter der Wand gesehen. Hier hinter dieser Wand. Was ist... Oh! Alter! Was ist das denn? Ach du Scheiße. Oh Gott! Oh! Das ist doch wirklich kein Tengshu hier. Das ist doch mehr wie so ein... Wirklich wie so ein Horror-Element-Spiel hier. Ah, hier muss ich rüberjumpen. Oh Gott! Sonst bin ich tot hier, oder was? Ja, ich muss doch hier rüber. Ah! Gift-Reis! Oh! Oh Gott sei Dank habe ich ein Gift-Reis hier, ey! Boah! Der hat mich eben fast entdeckt, okay. So. Dann geht's mal weiter hier, ne? Ja, ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr Erfahrung hier in diesem Level. Ah, schon sehr krass hier, auf jeden Fall. Eines letzten Levels von Tengshu, wirklich würdig. So, jetzt kommt der letzte Bereich. So. Er hat sich rumgedreht direkt. Sehr schön. Ah, da entdeckt mich doch einer, oder was? Ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr Erfahrung hier. Ah! Ah! Bisschen mehr Erfahrung und dann stürze ich hier fast ab, ey. Boah! 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 Brut- Brutal! Brut- Ah, der stirbt! Der stirbt da unten. Was machst du? Du stirbst doch! Jawohl! Der stirbt. Oh, dann stürze ich hier fast ab, ey. Was ist das für eine Scheiße. Ah, die Stelle hier ist heftig. Die Stelle hier ist krass. Da drinnen ist nämlich ein Gegner. Da. Oh Gott. So, jetzt. Der dreht sich nämlich nicht rum, so wie ich den kenne schon. Ja, siehst du da. Ja, keine Ahnung. Der nervt nur. Oh Mann, das ist doch so krass hier. Boah. Ey. So. Du sollst nicht rumdrehen. Dammte fuck, ey. Der dreht sich nicht rum, das ist doch genau das. Ich muss das an dem Bogen erahnen, oder was? Ja. Drehe ich noch zweimal rum, bitte. Nein, mach dann nicht. Okay. Ach, es ist doch ein Penner, wirklich. Ey. Mann. Jetzt hänge ich hier wieder an dem. An dem kann ich mich noch erinnern. Sehr gut sogar. Oder was? Ja, Gott sei Dank jetzt. Ah. Ah. Spring doch! Oh Gott. Boah. Boah, ey. Zum Glück hänge ich hier. Ich könnte auch rauskommen irgendwie, aber... Boah. Scheiße, Mann. Oh, pzack. Oh. Oh. Gott sei Dank, ey. Oh, das ist so krass hier, das Level. So. Dann geht's jetzt, denke ich mal, in die letzte Stage, wa? Schon? Oh, überall Körperteile, Blut. Oh. Dein Heiltrank, sehr schön. Dann nehm ich den auch direkt. So. Und dann haben wir jetzt diesen übelst krassen Endgegner hier vor uns. So, wir haben's gleich geschafft. Ha, nicht da rein, ne. Dann bin ich auch tot. So. Oh Gott, ja. Ja, es ist soweit. Es ist soweit. Die letzte, der letzte Fight von Tengshu. Der Endboss kommt. Ich kann mich noch mal kurz vorbereiten. Und, ja. Ja, der letzte Jump von Tengshu. Ja. Ja. Genau. So. Saving your own skin. Zack, zack. Ah, rauf, weg hier. Oh, Gott sei Dank. Und weg hier. Und weg hier. Oh. Oh. Scheiße. Scheiße. Lauf. Lauf, Ayame. Tu doch irgendwas. Oh. Ich kann mich nicht bewegen hier. Fuck. La, trink. Oh Gott. Oh, ey. Oh, du Wichser. Oh, jetzt hast du hier aber. Oh, Mann. Und lauf. Oh. Oh. Alter. So. Oh. Oh. Zack. Oh, das war geil. Egal. Wir stehen beide gleichzeitig auf. Und trink. Trink schneller. Ja, Gott sei Dank. Oh. Hau ab mit deinen Scheißblitzen. Oh. Und zack. Und zack. Oh, ey. Das ist übel hier. Der ist echt übel, der Typ. Oh. Zack. 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 Jetzt wird der alles ab hier. Oh, diese Scheißblitze. Das ist voll unfair. Und lauf. Dagegen die Scheißblitze kann man echt nix machen. Das ist doch scheiße hier wirklich. Und lauf. Oh, Gott sei Dank. Und trink. Oh, Gott sei Dank. Oh. Und hier. Und zack, 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 zack. Sehr schön. Und weiter. Und immer weiter drauf hier. Und zack. Oh, Blitze. Oh, Mann. Und zack. Und weiter geht's. Oh. Nein. Weg hier. Und weiter. Weiter drauf hier. Weiter drauf. Lass den gar nicht erst wegbeamen. Oh, die Blitze. Ich hasse diese Blitze. Ich hasse diese Blitze. Da kann man nichts gegen machen, ey. Ah. Trink. Oh, Gott. Boah. Alter, das ist wirklich eines Tankschuss würdig hier. So. Und lauf. Boah. Ah. Und. Oh. Und zack, 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 z Die sind so unfair. Ich kann da nichts gegen machen gegen diese Scheißblitze, aber das wird sauknapp, ey. Ah. Fuck! Alter. Mein! Fuck! Scheiße! Ah. Fuck. Äh. Halt die Fresse, Junge. Ja, scheiße. Das muss ich nochmal von vorne machen. Mann, ey. Ja, Mission failed, ich weiß. Fuck. Egal. Ich werde das nachspielen. Und wir sehen uns dann beim Endgegner wieder. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Und wir sind jetzt wieder bei dem Endgegner. Und ja, wir gucken uns jetzt nochmal die Cutscene an und dann machen wir das hoffentlich. Das ist eigentlich ein bisschen besser, ey. Mann, ja. Ich wurde auch wieder entdeckt und so. Ja. Scheiße, Mann, ey. Ah, ist das ärgerlich, ey. Ich hatte ihn doch fast. Wie gesagt, ich habe die gleichen Items benutzt. Und zack. Und zack. Jetzt. Jetzt halt auf mit deinen Scheißblitzen hier, ey. Die sind so unfair. Boah. Nimm den Booster. So. Und jetzt kriegst du auf die Fresse, mein Freund. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Oh. Ah. Und zack. Mensch. Oh, Junge. Und zack, ey. Das ist so ein Feigling. Das ist so ein Feigling. Halt die Fresse mit deinen Scheißblitzen, ey. So. Und. Ne. Und hau ab. Boah. Wo ist der? Boah, ey. Fuck. So. Egal. Und zack, zack, zack. Ja, der währt alles ab. Was soll ich dagegen machen? Gegen diese Scheißblitze. Da kann ich nichts gegen machen, gegen den Scheiß. Ja, zum Glück wartet der. Zum Glück wartet der. So. Oh, zack. Oh. Ah, diese Scheißblitze, ey. Nein. Ich wollte doch so machen, Mensch. Und jetzt kriegst du auf die Fresse. Ich krieg auf die Fresse. Ah. Ah. Diese Scheißblitze. Ich hasse diese Blitze. Ah. Äh. Ey. Da kann ich nichts gegen machen, gegen den Müll. Oh. Oh. Ah. Alter. Steh auf. Trink. Nein. Egal. Ich lad jetzt hier ein Safe State einfach. Und. Ja. Äh. Ich hab hier ein Safe State gemacht. Aber das ist wirklich. Jetzt. Der letzte Endboss. Und ich glaube, da ist es erlaubt, Safe States zu laden. Jetzt war ohne Scheiß, oder? Weil es kann ja nicht sein, dass ich jetzt fünfmal das Level nochmal neu spiele. Das kann doch nicht sein. So. Dieser Penner, ey. Der ging mit Rikimau echt einfacher. Ich hab jetzt hier noch mal ein Safe State gesetzt. Ja. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein Safe State setze. Aber beim Endboss darf man das doch. Das finde ich schon. Beim Endboss, der so unfaire Attacken hat, da darf man das doch wirklich, ey. Oh. Oh. Renn weg. Und. Mit dem Booster, der bleibt da einfach so stehen, okay. Und zack. Ne. Nein, weg. Ah. Und zack. Hau ab mit deinen Scheißblitzen, ey. So, wenn der jetzt aufsteht, krieg ich ja nochmal eine volle Salve in den Rücken. Oh. Oh, ey. Und lauf! Oh. Oh. Das geht jetzt irgendwie schneller, ha? Oh. Die blitze wieder. Es ist so unfair, wirklich. Oh. Fuck. Oh, ey. Vergiss es. Ah. Jetzt bin ich, jetzt hab ich den auf 31 runter. Er mich aber auch. Steh auf! Steh auf! Lauf! Entkommen so eine Scheißblitzen. Oh, trink das. Oh mein Gott, ey. Oh. Mensch. Und zack. Es ist so unfair. Oh, den hab ich gedodged. Das ist geil. Oh. Oh. Aber, ja, die Scheiße kann ich nicht dodgen. Keine Ahnung. Und. Oh. So, und. Zack, 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 zack. Yes, endlich! Ja! Ich hab den schon durch. Geil. So. Aber was ist jetzt? Hab ich jetzt hier einen Freeze oder was? Nein. Okay. Oh, Gott sei Dank. Verpiss dich. Du nervst. Ha. Good riddance. And don't come back. Ayame! Prinzess. I'm so glad you're safe. Dikimaru saved me. But I was scared. Ayame. It's unsafe here. We must leave. Now. Tja, Freunde. Tengshu ist vorbei. Aber schauen wir erstmal nochmal die Katschen. Hmm. This looks bad. Ayame. Come on. What? We're trapped. Hmm. Oh, das ist so traurig jetzt. Kiku, come on. Dikimaru! Oh. Kiku! Father! 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 Ja. Ja, Freunde. Das Ende. Das war's mit Tengshu. Tengshu 2 ist vorbei. Tengshu 1 ist vorbei. Oh, das ist gerade echt emotional bei mir, weil Tengshu 2 hat mich so lange begleitet. Und ja, also nicht nur Tengshu 2, auch der hier jetzt. Auch wenn ich ihn jetzt das erste Mal gespielt habe. Aber ja, Tengshu wirklich eine sehr geniale Spielreihe. Äh, der nächste Teil ist ja auf der PS2. Ich glaube, Wrath of Heaven ist das. Äh, weiß ich nicht, ob ich den spiele. Bestimmt, klar. Aber nicht als nächstes. Ja. Als nächstes werde ich, wie gesagt, Akuchi The Heartless spielen. Ähm, Tengshu. Wirklich, also Ayame hat's am Ende noch geschafft. Rikimaru ist verschütt gegangen. Ich hab aber schon eine Erinnerung bekommen, dass, äh, also einen Tipp bekommen, dass Rikimaru wieder auftauchen wird. Und, aber, ja, das war doch jetzt ein sehr emotionales Ende, finde ich. Und, ja, genau. Insgesamt waren das jetzt, äh, 50 Parts oder so von Tengshu. Insgesamt, also 2 und 1. Und, ja, wie gesagt, also die Grafik natürlich okay. PS1-Grafik. Aber es ist auch aus dem Jahr 98 oder 99. Und von, für diese, für diese Zeit war das doch sehr gut, auf jeden Fall. Vor allem die Story, welche ich aber, wie gesagt, im zweiten Teil besser finde. Oder fand. Ja, genau. Es ist einfach, wie gesagt, eine legendäre Spielreihe. Und, ja, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe euch auch. Und, ja, wem's gefallen hat, wie gesagt, der möge doch ein Abo da lassen oder weitersagen. Oder ein Like, würde ich mich auch sehr freuen, schon. Irgendwas. Dislike auch okay. Aber dann, äh, mit, äh, konstruktiver Kritik, was euch nicht gefallen hat an dem Projekt. Nehme ich mir auch gerne zu Herzen. Und, ja. Mein Gott, ey. Tengshu geht zu Ende. Das ist, wow. Das ist so krass. Wirklich. Also, ja. Ich muss das erstmal jetzt auf mich wirken lassen. Auch die Musik hier und so. Ich, ich, ich nehm euch mal mit. Also, ich bin mal ruhig. Einfach krass. Boah. Ja. Es ist so schade, dass es jetzt vorbeigeht. Aber, wie gesagt, vielleicht spiele ich noch Wrath of Heaven. Wenn wir mal gucken. Und, ja. Es geht weiter auf jeden Fall. Mit, äh, erstmal Aguchi The Heartless. Das wird so ein Zwischenprojekt werden. Und danach, äh, schaue ich mal weiter. Macht gerne Vorschläge, was ihr noch hören. Äh, hören und sehen wollt von mir, sozusagen. Was für ein Spiel. Und, ja. Ja, genau. Dann würde ich sagen. Habe ich es tatsächlich geschafft, jetzt das... Da, 98. Habe ich es tatsächlich geschafft, das Ending durchzureden? Ich muss mal schauen. Ja, habe ich. Genau. Dann lassen wir Tenshu zu Ende gehen. Ja, mit diesen Tönen endet Tenshu. Und mit nochmal Großmeister am Ende. Sehr schön. So muss das doch laufen, Mensch. Einmal speichern noch. Und dann würde ich sagen, yo. War es das mit Tenshu. Ja, kommt jetzt noch irgendwas? Ich habe hier beide jetzt durchgespielt. Das Hauptmenü, okay. Ja. Ja, mit dem Hauptmenü verabschiede ich mich mit Tenshu. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Bei Aguchi The Heartless. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ciao, ciao.